hier steht zum verkauf 25 euro an festlich verziertes hauskleid maxi länge ich sage speziell hauskleid je nach anlass sollte man es nicht unbedingt ja es ist ein maxi kleid festlich verziert größe 48 was ja nicht richtig zur geltung kommt mal wieder ist das rote es ist ein etwas dunkleres rot die gewebe art ist krepp material wie bei den meisten kleidungsstücken heutzutage ist polyester aber das kleid hat ein angenehmes tragegefühl und entgegen den allgemeinen vorurteilen gegenüber polyester ist dieses kleid atmungsaktiv und man schützt nicht so daran wie gesagt größe 48 laut hersteller xl da diese größen nie so ganz übereinstimmen mit der deutschen grösentabelle messe ich gerne jedes einzelne kleid ab und kann dabei mit sicherheit sagen 48 der preis 25 euro ein sehr angenehm zu tragen das kleid das auch bei richtigen waschen handwäsche wird perfekt nicht zu heiß einige jahre hält also etwas zum thema nachhaltigkeit